Er ist fast nicht wieder zu erkennen, der Hafen in Griebstein. Gut acht Wochen nach Baubeginn des 2,5 Millionen Euro teuren Projekts sind die Arbeiten gut vorangeschritten. Die Stahlrohre für den neuen Fähranleger sind versenkt und betoniert worden. Das Verlegen der Fähranleger erfolgt ab dem 2. Oktober. Die Spundwände der neuen Ufermauer sind zu 80 Prozent im Boden. Der Rest muss mit kleinerer Technik eingebracht werden, sagte Thomas Caro vom Talsperrenzweckverband. Untertitelung des ZDF für funk, 2017